Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Dieses Mal gucken wir uns so ein bisschen Debian 12 an, also das Ganze ist eine Vorschau, denn Debian 12 ist ja noch gar nicht rausgekommen. Aber der aktuelle Stand, wie sich das Ganze installieren lässt mit dem Release Candidate 1 vom Installationsprogramm, das gucken wir uns nach und nach mal ein bisschen an und dann, ja, genau sehen wir mal wie es aussieht. Für diejenigen von euch, die Debian überhaupt nicht kennen, Debian ist eine von vielen Distributionen, die sehr viel unterstützt, die einen sehr großen Paketumfang hat, die verschiedene Desktops unterstützt wie Gnome, XFCE, Gnome Flashback, KDE Plasma, Cinnamon, Marte, LXDE, LXCUTE und auch kleinere Fenstermanager für Systeme, die weniger Arbeitsspeicher, weniger CPU und so weiter haben. Dann gibt es Architekturen, die von Debian von Haus aus unterstützt werden, also ARM, MIPS, PowerPC, S390, Spark und i386 und natürlich auch AMD 64, was die 32-bittigen und 64-bittigen CPUs in ganz normalen PCs sind. Debian selbst ist eine Distribution, die man so benutzen kann, vielleicht eher im Serverumfeld zu Hause oder ich benutze es auch gerne als Desktop-System, aber andererseits ist Debian auch die Basis für viele andere Distributionen wie Ubuntu basiert da drauf, Devoan, die Gparted Live-CD und viele andere auch mehr. Ja, unter anderem auch dennoch das Raspberry Pi OS, was ihr auf den Raspberry Pis verwenden könnt, also was quasi die Hauptdistribution dort ist und UCS, der Univention Corporate Server. Dieses Mal soll es aber um Debian Bookworm gehen, das ist wiederum ein Toy Story Charakter. Könnt ihr nachgucken, wer das denn genau ist. Debian 12 ist ja noch nicht fertig und wie es bei Debian immer so ist mit dem Veröffentlichungsdatum, das wird nicht vorher festgelegt und dann wird das einfach rausgeschmissen, egal in welchem Zustand das ist, das ist nicht der Debian-Weg, sondern es wird dann veröffentlicht, wenn es fertig ist. Zu dem Veröffentlichungsdatum gibt es auch eine Bookworm-Release-Wette im Debian-Forum.de, da haben verschiedene Leute einfach mal auf ein spezielles Datum getippt, wo sie meinten, dann kommt Debian da raus, also es wird dann veröffentlicht. Ja, wer da denn richtig tippt oder so, wird man halt sehen. Wenn ihr ein bisschen gucken wollt, wie der aktuelle Stand bei den Debian Bugs sind, da gibt es verschiedene Kategorien quasi, es gibt welche, die release-kritisch sind, also die müssen auf jeden Fall behoben werden, bevor es veröffentlicht wird. Und andere, die weniger schwer sind, da habe ich hier euch mal einen Link reingeschmissen, könnt ihr nachgucken, wie immer der aktuelle Stand bei den Debian Bugs ist. Was relativ neu ist und was auch, naja, kontrovers behandelt wurde, Debian enthält jetzt auch unfreie Firmware, also so, dass viele Hardware, die sonst normalerweise nicht mit dem Installations-ISO installierbar war, von vornherein nicht funktioniert hat, dass das jetzt eben funktioniert, weil da die Treiber, die unfreien Treiber mit dabei sind oder Firmware. Von daher wird das ein bisschen einfacher. Es gab in der Vergangenheit sowieso schon ein ISO-Image, was diese unfreien Firmwares auch enthielt, war aber ein bisschen besser versteckt. Wenn ihr sowieso keine Hardware da drin gehabt habt, die irgendwie unfreie Bestandteile braucht, dann hat euch das wahrscheinlich eh nicht interessiert. Also bei mir lief es bei allen Systemen, die ich so in der Hand hatte, eigentlich immer ganz gut durch, mit dem offiziellen ISO, was es zu Debian 11 unter Vorzeiten gab. Also ich brauchte da eigentlich nichts während der Installation nachinstallieren, was irgendwie, ja, so ein Showstopper gewesen wäre. Also das wird jetzt einfacher. Für alle sind unfreie Teile jetzt mit drin. Ja, ist jetzt so. Warum ich das Ganze jetzt mache, ist der dritte, vierte, 23. Dort ist der Debian-Installer für Bookworm in dem RC1, also dem Release Candidate 1, rausgekommen. Ja, und da ich sowohl Debian verwende als auch für M23 mir das Ganze angucken muss, beziehungsweise darf und mich darauf auch anpassen muss. Also meine Installationsroutinen mit M23 müssten auch angepasst werden. Von daher schaue ich mir das Ganze jetzt schon mal ein bisschen an. Ich nehme aber die Desktop-Variante, die ich für M23 und meine Server nicht benutzen würde. Also da installiere ich normalerweise keine Desktop-Oberfläche. Aber das gucken wir uns mal zusammen ein bisschen an, wie da der aktuelle Stand ist. Ja, los geht's. Ich mache das jetzt auch so, dass ich euch wirklich diesen ganzen Durchgang einmal zeige. Oder vielmehr, ich werde nachher bei der Installation ein bisschen was abschneiden, weil das dauert ewig lang. Ich habe das schon mal auf einem schnelleren System gemacht. Die Installation mit allen Desktops, wie ich es vorhabe, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Mit Runterladen von Paketen, Installieren, Konfigurieren. Das ist irgendwann überhaupt nicht mehr spannend. Und in der ähnlichen Art und Weise habe ich es auch schon in anderen Videos gezeigt. Also von daher zeige ich euch jetzt bloß das Installieren am Anfang, welche Dialoge es gibt. Und den ganzen Statusbalkenkrempel und das Warten, 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 das seht ihr nicht. Das ist aber auch unspektakulär. Ich mache das Ganze wiederum unter Virtualbox. Da lege ich mir dann eine neue virtuelle Maschine an, benenne die halbwegs sinnvoll. Debian 12 Test. Einfach so. Ja, dann wird mir schon vorgeschlagen, was das für ein System ist. Linux-System. Es ist ein Debian 64. Ich verwende diese 64-Bit-Version von Debian. Ich könnte auch die 32-Bit-Version nehmen, aber das ist heutzutage eher was Exotischeres. Von daher einmal vorwärts. Und jetzt kann ich festlegen, wie viel Arbeitsspeicher meine virtuelle Maschine haben soll. Im System hier habe ich 32 GB Arbeitsspeicher drin. Diese 2048 MB, das wären 2 GB. Die würden dann so abgeknapst werden. Aber ich sage jetzt mal 4096, das sind 4 GB RAM, die die virtuelle Maschine zur Verfügung kriegt. Das ist ganz gut hier drin. Also solange ich mich in diesem grünen Bereich bewege, ist das normalerweise in Ordnung. Es sei denn, ich habe natürlich ganz viele virtuelle Maschinen gleichzeitig laufen. Oder ich mache irgendwas anderes, was wirklich sehr viel RAM benötigt. Bei den Prozessoren kann ich auch einstellen, wie viele ich an die virtuelle Maschine durchleiten möchte. Ich sage hier jetzt 4. Ich hätte in meinem Rechner selbst 4 richtige Kerne drin. Plus hier Hyperthreading habe ich 8. Aber ich würde das nicht übertreiben. Also nicht in diesen quasi virtuellen CPU-Bereich reingehen. Sondern bei dem lassen, was ich wirklich drin habe. Ansonsten kann es mir passieren, dass das Ganze eher schlechter als besser läuft. Von daher nicht übertreiben. Passt schon. Dann überlege ich mir, was für eine Festplattengröße ich haben möchte. Ich mache das hier mal mit 50 GB Größe. Und diese virtuelle Festplatte, die wächst halt auf meinem physikalischen Datenträger nur so weit, wie was reingespeichert wird. Also wenn ich bloß 1 GB rein speichere in die virtuelle Festplatte, dann wird auf dem physikalischen Datenträger auch bloß 1 GB Speicher verwendet. Dann haben wir hier noch einen kleinen Überblick, was ich vorher ausgewählt habe. Ja, fertigstellen. Dann können wir hier nochmal gucken mit Anzeige. Da können wir noch festlegen, wie viel Grafikspeicher verwendet werden soll. Und ich sage hier auch noch, dass ich 3D Beschleunigung aktivieren möchte. Dann läuft vielleicht KDE ein bisschen flüssiger, GNOME vielleicht ein bisschen flüssiger. Von daher, das nehme ich einfach mal mit. So, dann nur noch OK. Und hier oben auf Start. Und dann fährt das Ganze hoch. Sagt jetzt, ich habe da kein ISO, also kein Installationsmedium, was man auf eine DVD brennen kann, auf einen USB-Stick schreiben oder hier eben in der virtuellen Maschine benutzen kann. Das wähle ich aus. Je nachdem, wo ihr es runtergeladen habt, ist es dann auch. Und mal gucken, wo habe ich es? Wo habe ich es? Wo habe ich es? Da, genau. Also hier mein Debian Bookworm DI, also Debian Installer RC1 Release Candidate 1 und für AMD64. Und dieses Netzwerk Installationsmedium, was nur einen ganz kleinen Teil von Installationspaketen mitbringt und den übrigen Rest aus dem Internet runterzieht. Also da ist wirklich nicht viel drauf. Man kann den Rechner damit hoch starten, das Installationsprogramm starten, aber die Pakete werden aus dem Internet heruntergeladen. So, einbinden und Startvorgang wiederholen. Dann fällt die ganze vor allem jetzt nochmal hoch, hat aber hier unten die CD eingebunden. Ich kann mir jetzt überlegen, ob ich das Ganze grafisch installieren möchte oder ein Textmodus Installationsprogramm haben möchte. Vom Inhalt her ist es dasselbe. Grafisch sieht aber auch hübscher aus. Vor einiger Zeit habe ich mir eine Vorabversion von Debian 12 schon mal angeguckt. Da war es noch Testing. Da hat sich jetzt optisch erstmal geändert, dass da auch wirklich jetzt steht Debian 12 und das ganze Farbschema auch stimmiger ist. Also mit hier diesem grün, blau, grau. Das ist jetzt durchgehend dieses Farbthema, was im Installationsprogramm verwendet wird. Und das uns wahrscheinlich auch in den Desktops wieder begegnen wird. Aber ich habe mir das Ganze noch nicht angeguckt. Also ich will mich auch selbst so ein bisschen überraschen lassen. Wäre für mich jetzt auch irgendwie langweilig, wenn ich das alles schon einmal durchgespielt habe und ich tue jetzt so, oh wow, das ist aber neu oder so. Das mache ich nicht. Also ich habe es vorher noch nicht gesehen. Das Installationsprogramm habe ich schon gesehen, aber die Desktop selbst eben noch nicht. So, also grafische Installation. Mal ein bisschen rüberrutschen. Genau, jetzt ist es da. So. Erstmal unspektakulär. Debian 12. Das ist angepasst. Die Farben sind auch angepasst. Das ist jetzt dieses... Was ist das denn? Vielleicht irgendwie so ein Meergrün. Keine Ahnung. Also es ist irgendwas in Grün gehaltenes. Dann, ja, Continue. Jetzt hat sich die Sprache ja auch geändert. Also jetzt steht da weiter und nicht Continue. Wo ich mich befinde. Ich habe ja Deutsch ausgewählt und das wird in verschiedenen Ländern gesprochen. Mal mehr oder weniger. Ich glaube, der Anteil in Belgien ist relativ gering. Die dort wirklich Deutsch sprechen, das bevorzugen. Aber klar, kann natürlich vorkommen. Deutschland natürlich. Schweiz, Österreich. Da ist es doch eher zu Hause. Aber in allen anderen Ländern, warum nicht? Wenn ihr Deutsch sprecht und in Lichtenstein wohnt, klar, könnt ihr es auch in Debian so einstellen. Weiter. Dann können wir noch auswählen, wie das Tastaturlayout ist. Ja, normalerweise deutsche Tastatur mit Sonderzeichen, wie man es kennt. Ö, Ü, Ä, SZ und so weiter. Ihr könnt aber auch natürlich eine andere Tastatur auswählen. Wenn ihr was Englisches habt oder es gibt ja ganz, ja, interessante Tastaturlayouts, sage ich mal so. Ja, jetzt wird versucht hier das Netzwerk, die Netzwerkkarte automatisch zu konfigurieren. IPv6 habe ich nicht. Die HCP bringt mir VirtualBox mit. Und das Netzwerk ist dann relativ einfach eingerichtet. Die Maschine möchte ich D12 für Debian 12 nennen. Und dann gehe ich auf Weiter. Eine Domain habe ich nicht. Ich möchte das System nicht als Server mit einer nach außen hin verfügbaren Domain, Subdomain betreiben. Von daher lasse ich das leer. Und in meinem lokalen Netzwerk verwende ich das hier jetzt auch nicht. In Zusammenhang mit FreeIPA, was ich mal gemacht habe, könnte man natürlich sowas wunderbar kombinieren. Aber, ja, ihr werdet das wahrscheinlich nicht haben. Ich habe es für diesen Testzweck auch nicht. Von daher lassen wir das Ganze leer. Dann legen wir fest, wie das Root-Passwort, also für unseren Systemadministrator, sein soll. Und damit unterscheidet sich das von der Logik her von dem, was ihr vielleicht von Ubuntu und Linux Mint kennt, wo der Benutzer, den ihr am Anfang anlegt, auch quasi der Administrator mit ist. Also, wie hier auch steht, mit dem Sudo-Befehl kann man denn auch Root werden mit dem normalen Benutzer, wenn man das Ganze hier leer lässt. Dann habt ihr hier diesen Ubuntu- bzw. Linux Mint-Stil von der Administration. Aber unter Debian ist es normalerweise getrennt, sodass ihr euch dann mit Root einloggen könnt und eure administrativen Tätigkeiten durchführt. Von daher gibt es ja auch ein getrenntes Passwort. Ich nehme hier mal wiederum was, was ihr wahrscheinlich erraten könnt. Ja, für Produktivsysteme nehmen natürlich was Sicheres, ist klar. Für Demonstrationszwecke hier, ich schmeiße die vor allem auch hinterher weg. Von daher ist es da egal. Aber für richtiges Arbeiten, für Systeme, die ja vielleicht ans Netz hängt, natürlich was sehr Sicheres wählen, damit kein anderer darauf Zugriff hat. Dann weiter und jetzt lege ich noch den Benutzer an, meinen Hauptbenutzer neben dem Root-Konto, mit dem ich so meine tägliche Arbeit durchführen kann. Das mache ich mir auch noch ganz einfach, indem ich hier auch sage, Test. Der Benutzername heißt auch Test. Und nochmal der Dialog, um hier auch das Passwort festzulegen. Und hinterher einmal weiter. Ja, die Uhr wurde auch schon automatisch eingestellt. Also über NTP holt sich der Installer auch gleich die richtige Uhrzeit. Und jetzt kann ich mir auswählen, wie ich die ganze Festplatte verwenden möchte. Ob ich die eben vollständig, automatisch partitionieren und formatieren lassen möchte. Ob ich vielleicht ein LVM dazu haben möchte. Sodass ich nachher einfacher, ja, diese, so ähnlich wie Partitionen, LVM-Schema erweitern kann und sowas. Oder wenn ich das ganze System verschlüsseln möchte, dann gibt es die Kombination aus LVM, dem Logical Volume Manager, mit so einer Art, ja, wie soll man das sagen, ohne direkt hier Volumes zu sagen. Also wir haben da Speicherbereiche, die so ähnlich aussehen wie Partitionen. Bloß sie sind flexibler. Die können sich auch über mehrere physikalische Datenträger ausbreiten. Und ja, man kann da mehr zusammenfassen und ja, das Ganze auch verschlüsseln. Und das gibt es in Kombination bei Debian bloß mit dem LVM. Ihr könnt natürlich auch selbst partitionieren und formatieren, wie ihr wollt. Aber das Einfachste ist wirklich das hier. Das mache ich jetzt auch mal für die Demonstration hier. Da hierbei immer eine ganze Festplatte verwendet wird, muss ich noch eine auswählen. In meiner virtuellen Maschine habe ich aber bloß eine. Von daher kann ich auch nichts abwählen. Das ist schon angewählt und ich kann nichts anderes. Also sage ich hier weiter. Dann kann ich auch noch auswählen, wie das Ganze partitioniert werden soll. Alle Dateien auf eine Partition für Anfänger empfohlen. Ich würde es auch sonst machen. Ich könnte aber auch eine zusätzliche Partition haben für Home oder auch hier drei verschiedene Partitionen noch dazu anlegen. Einmal für Home, wo die Heimatverzeichnisse von den einzelnen Benutzerkonten reinkommen. War für ja grob gesagt Variable Daten und Temp, ja temporäre Daten. Könnte ich aufteilen, aber eigentlich brauche ich das nicht. Also ich sehe da keinen großartigen Vorteil drin, dass man das extra aufteilt in diesem einfachen Schema, wo eher alles auf einer Platte liegt. Wenn man jetzt zum Beispiel zusätzliche Festplatten hätte, dann könnte man das über diese manuelle Partitionierung noch auf andere Festplatten verteilen oder auf SSDs. Das ist vielleicht sinnvoller, sowas zu machen. Also ich würde das bei dem ersten hier einfach lassen. Nachdem wir uns jetzt dafür entschieden haben, das doch sehr einfach zu halten, sehen wir hier, was der Installationsdialog daraus gemacht hat. Also wir haben hier eine Partition, die primär ist, die fast den ganzen Speicherplatz einnimmt, bis auf das eine Gigabyte, was noch Swap Platz ist. Das ist quasi so die Auslagerungsdatei, die man vielleicht von Windows her kennt. Bloß, dass es in einer eigenen Partition liegt. Dort wird reingeswappt, ohne dass da eine Datei verwendet wird. Und der übrige Platz wird für das Betriebssystem, für Nutzdaten, für Programme und alles Mögliche verwendet, mit X4 formatiert und direkt eingehängt. Wenn ich damit jetzt zufrieden bin, gehe ich hier unten drauf, Partitionierung beenden und Änderungen übernehmen und klicke auf Weiter. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir das letzte Mal noch uns umentscheiden könnten, soll das jetzt wirklich geschrieben werden. Ansonsten würden wir einen Datenverlust haben, wenn da schon was vorher auf dieser Platte drauf gewesen wäre. Was ja bei meiner virtuellen Maschine nicht der Fall ist. Ich habe eine neue virtuelle Festplatte angelegt, von daher, da ist eh nichts drauf. Aber wenn ihr das jetzt auf dem physikalischen System installieren solltet und dann an dieser Stelle noch mal legt, ist da vielleicht noch was drauf, was ich doch noch brauche. Ist das jetzt der letzte Punkt, wo man nochmal sagen kann, nein. Ansonsten, wenn das wirklich weg kann, dann Ja wählen und nochmal auf Weiter. Ja, genau. Dann installiert das jetzt erstmal einen Satz von Basispaketen. Die kommen auch hier von dem ISO runter. Also da sind die Pakete schon direkt auf dieser virtuellen CD mit drauf. Und vieles andere passt eben nicht drauf. Dieses NetInstall ISO, das ist wirklich bloß dafür gedacht, dass man es installieren kann, wenn man auch Internetzugang hat oder Zugang zu einem lokalen Mirror. Da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie ihr Debian spiegeln könnt. Die Pakete, die es dort gibt. Da habe ich ein Skript für gemacht, was einmal in der Nacht bei mir einfach die neuen Pakete runterzieht, richtig einsortiert, sodass ich da von einer Festplatte von einem Server in meinem lokalen Laden das auch installieren könnte. Ja, habt ihr wahrscheinlich nicht. Ihr habt wahrscheinlich eher eine Internetverbindung, die nicht so ganz schlecht ist. Von daher ist das für euch auch eher egal. Und wie man heute schön an meinen Flecken hier sehen kann, es ist Sonne da. Also wenn ich so ein bisschen leicht die Farbe wechseln sollte, mal ein bisschen heller oder dunkel bin, das liegt daran, dass es mal wieder Sonne gibt. Und ich hatte irgendwie wenig Lust, die Sonne jetzt so weit auszusperren, dass ich quasi im Dunkeln sitze und nur diese künstliche Beleuchtung hier habe. Also von daher bin ich heute, ja, der Farbwechselhauke. Hm, ja, aber es geht ja eigentlich auch eher um das, was ihr dort auf dem Bildschirm seht und nicht, welche Farbe ich gerade habe. Sollten wir jetzt noch ein weiteres Installationsmedium haben, also eine weitere DVD oder es gibt sogar irgendwie Blu-ray-Images, wenn wir sowas haben sollten, könnten wir das jetzt einlegen. Anlegen. Damit könnte man unabhängig vom Internet oder anderen Netzwerksachen so ein System installieren, mit dem Paketstand, der auf dem jeweiligen Medium drauf ist. Aber, ja, ist eher ungewöhnlich und ich glaube, ich habe bis jetzt auch wirklich immer Nein gesagt. Ich glaube, ich habe nie wirklich mehr Debian-CDs oder DVDs gebrannt, sodass ich hier gesagt habe, ja, die lesen wir jetzt mal ein. Also von daher einfach Nein nehmen, es sei denn, ihr habt was ganz Spezielles damit vor. Dann werde ich jetzt gefragt, wo der Spiegel-Server ist. Also das ist der Server, von dem die Debian-Pakete runtergeladen werden, die ich während der Installation oder auch im laufenden Betrieb, wenn ich nochmal ein Programm nachinstalliere, brauche. Und da sollte ich irgendwas nehmen, was in meiner Gegend liegt. Also erstmal grob das Land hier. Nehme ich also wieder Deutschland. Und dann habe ich hier verschiedene Mirrors, die die Pakete gespiegelt haben. Da sind verschiedene Universitäten bei. Hier zum Beispiel WTU Braunschweig ist mit dabei. Die Charité Host Europe und viele weitere mehr, die es spiegeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wir können uns das Ganze auch einfach machen. Das wäre halt neben deb.debian.org. Ich glaube, da ist so ein Cluster hinter, der auch so ein bisschen Lastverteilung macht. Von daher denke ich, ist das ganz okay. Dann könnte ich jetzt noch angeben, ob ich hier in meinem Netzwerk ein Proxy habe. Also, dass die Pakete nicht von meinem Debian 12 direkt runtergeladen werden, sondern dass es an einen Proxy delegiert wird. Der lädt das runter und stellt uns das hinterher zur Verfügung. Das hätte den Vorteil, dass wenn ich mehrere Systeme mit Debian 12 aufsetze, dass jedes Paket bloß einmal runtergeladen wird. Das gilt allerdings bloß für die jeweilige Version von dem Paket. Wenn ich jetzt ein neueres Paket herunterladen möchte, keine Ahnung, LibreOffice gibt es eine neue Version, dann muss das natürlich wieder neu aus dem Internet runtergeladen werden. Aber wenn jetzt zehn Systeme exakt diese Version installieren möchten, dann wird es nur einmal aus dem Internet runtergeladen und landet dann in meinem Proxy drin. Als Proxy habe ich für M23 sehr lange Squid genommen. Das ist ein allgemeiner Proxy, mit dem normalerweise Webseiten gespeichert werden, sodass, wie gesagt, Dinge nicht häufiger runtergeladen werden, sondern immer bloß einmal. Dafür ist es eigentlich gedacht. Die Konfiguration kann man auch ein bisschen umbiegen, sodass auch Debian-Pakete da drin ganz gut speichert werden können. Die feinere Variante ist allerdings dafür, was zu nehmen, was wirklich darauf spezialisiert ist. Da gibt es den apt-cager in G, also Next Generation. Der kann das sehr gut. Der ist direkt auf diesen Anwendungsfall zugeschnitten und den kann man installieren eben für diesen Zweck. Und dann würde man hier die URL von dem apt-cager mit eintragen, mit, wie auch steht, HTTP, Benutzer, Passwort, falls es irgendwie gesichert ist. Der Hostname in eurem internen Netzwerk, beziehungsweise die IP-Adresse und die Portnummer. Kann man alles machen. Aber wahrscheinlich habt ihr das auch nicht. Von daher weiter. Da unten sieht man so ein bisschen blinken. Dieses Symbol hier mit den zwei Bildschirmen, das bedeutet Netzwerkaktivität. Wenn es grün blinkt, dann wird was runtergeladen. Rot heißt hochladen. Und da wurde gerade auf diesem Spiegel-Server, den ich ausgewählt habe, geguckt, welche Pakete überhaupt verfügbar sind. Dann habe ich jetzt auf meinem Client hier eine Liste mit verfügbaren Paketen. Die wird dann runtergeladen. Und da kann ich gleich auch was auswählen. Diese Frage hier bezieht sich auf die Paketverwendungserfassung. Da könnte ich jetzt an das Debian-Projekt melden, welche Pakete ich installiert habe. Und dann wird über Statistik ermittelt, welche Pakete besonders häufig sind. Und die werden dann auf die erste CD gepackt. Also die erste CD oder ich denke heutzutage eigentlich eher eine DVD mit populären Paketen, sodass man da wenig Internetverbindung braucht. Oder auch nur die erste CD, DVD runterladen muss, brennen muss. Und da die Pakete drauf hat, die wirklich sehr häufig verwendet werden. Und für euch denn höchstwahrscheinlich auch häufig verwendet werden. Da kann man mitmachen oder eben auch nicht. Da das Ganze jetzt ein System ist, was ich hinterher wegschmeiße, wo ich ganz viel Zeug drauf installiere, was ich so in freier Wildbahn nicht installieren würde, sage ich hier Nein. Wenn ihr jetzt meint, dass euer System, was ihr aufsetzt, besonders gut ist für das, was ihr vorhabt, dann könnt ihr auch Ja wählen, um das einfach abzustimmen. Also diese Abstimmung in eine Richtung zu bringen, die euch eventuell nahe kommt. Ja, wenn ihr das nicht wollt, sagt Nein und weiter. Kommen wir jetzt zum interessanten Teil. Jetzt kann man Software auswählen, beziehungsweise überwiegend Desktops. Wenn ihr jetzt von anderen Distributionen kommt, wenn ihr jetzt von Linux Mint kommt oder von Ubuntu, beziehungsweise einen von diesen, sagen die Spins? Ne, sag mal bei Fedora. Also einen von diesen Forks mit einem speziellen Desktop. Da ladet ihr ein Installationsmedium runter, was den Desktop schon enthält. Und dann seid ihr normalerweise auf dieser Schiene, die ihr euch ausgesucht habt. Bei Debian ist es anders. Man kann jetzt hier auswählen, welchen Desktop man haben möchte. Gnome haben sie jetzt mal vor ausgewählt. Man kann aber jetzt auch Haken setzen bei allen. Und dann werden alle Desktops erst mal auf der virtuellen Platte installiert. Und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, dass man dann bei dem Anmeldemanager einfach sagt, ich möchte jetzt eine Sitzung mit GNOME starten, gucke mir das Ganze an, melde mich wieder ab. Und dann sage ich, ich möchte jetzt aber ein XFCE haben. Und dann sollte das funktionieren. Und dann habe ich hier noch ein Profil für Webserver und SSH-Server. Webserver möchte ich heute nicht. SSH würde ich mitnehmen, kann irgendwie nie schaden. Ich arbeite ja viel auf der Konsole. Also von daher, falls ich mich da irgendwann mal drauf verbinden möchte, aus irgendwelchen Gründen, dann ist es schon mal da. Systemwerkzeuge, würde ich sagen, schaden auch nicht. Und ja, dann gehen wir auf Weiter. Und jetzt kann man hier sehen, 2870 Pakete müssen erst mal runtergeladen werden. Das geht relativ schnell erst mal. Aber das Installieren und Konfigurieren, das dauert ein bisschen länger. Auf einem schnelleren System habe ich das vorhin mal so nebenbei durchgespielt. Also wirklich von Hochbooten bis es denn komplett mit hier runterladen und Installieren, Konfigurieren durch war. Schätze ich mal, war ich mit einer halben Stunde dabei. Aber es sind ja auch gleich viele Desktops mit dabei, was ja man ja normalerweise nicht so macht. Also glaube ich erst mal nicht, dass viele von euch viele parallele Desktops installieren. Denn irgendwann nimmt man irgendwie das eine oder das andere. Das kennt man, das mag man irgendwie. Und irgendwann ist diese Wechselbereitschaft und diese Experimentierfreude auch nicht mehr so groß. Jedenfalls bei mir. Also ich bin mit dem Thema irgendwie durch. Ich bin bei TDE hängen geblieben, bin damit zufrieden. Von daher ist das für mich eigentlich durch. So, das Ganze hier dauert noch ein bisschen. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ein kleiner Einblick über die zukünftige Entwicklung von Debian 12. Was ja noch in diesem Jahr rauskommen wird. Ja, probiert es aus. Lasst es bleiben, je nachdem, wie ihr es gerne möchtet. Und ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.